Dirndl Lover Run, Don't Walk. Ludwig Beck hat aktuell vier Stangen mit über 50% auf alle Dirndl, die ihr liebt und wollt aus der letzten Kollektion. Also hier kann man wirklich gute Schnäppchen schlagen. Da gab es Dirndl unter 200 Euro. 180 Euro. Ihr könnt nicht fassen, was für Marken dazwischen gehangen haben. Mit 50%. Wir waren eigentlich zufällig da, aber jeder Dirndl Lover weiß, dass die beste Zeit zum Kaufen tatsächlich im Frühling ist. Und wir waren einfach schockiert, was für tolle Dirndl da noch hingen. Ich habe gerade Schnappatmung bekommen, weil auf die Janka und Trachtenjacken sind fast 70% teilweise. Genauso Blusen. Ja, also ich habe tatsächlich auch ein kleines Trachtenjacken-Problemchen, weil ich die auch privat einfach so gerne anziehe. Also früher auch im Büro. Und jetzt hatten die da natürlich welche. Und sogar welche aus Reim, Kaschmir. Und ich liebe, 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 liebe das. Das war natürlich trotzdem noch ein bisschen teuer, aber 50%. Also das wird man wahrscheinlich nie wieder kriegen. Naja, es ist so geändert, dass ich mir das gute Stück zurücklegen lassen habe und mir jetzt nochmal bis morgen Gedanken mache, ob ich es brauche.